Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Mittwoch hier bei wetter.net. Ja, vor zwei Tagen hatte ich über die Sturzfluten rund ums westliche Mittelmeer gesprochen. Da gab es wirklich heftige Niederschläge und heute Morgen hat das amerikanische Wettermodell sogar ähnlich hohe Niederschlagsummen für den Süden Deutschlands im Gepäck. Plötzlich aus dem Nichts heraus, was da dran ist, das schauen wir uns gleich mal etwas genauer an. Doch zunächst der Blick auf die Regensummen der vergangenen 72 Stunden rund ums westliche Mittelmeer und wir sehen in Barcelona 201 Millimeter Regen, im südlichen Frankreich Perpignan waren es 148 Millimeter Regen, in Olbia, Italien 131 Millimeter Niederschlag, Girona hatte 92 Millimeter und Palma immerhin noch 65 Millimeter Niederschlag. Also man sieht, es war hier im westlichen Mittelmeerraum sehr nass und es regnet dort auch weiter. Bei uns dagegen bleibt es meist sonnig und trocken und es gibt sehr warme Temperaturen. Hier mal die Höchstwerte von gestern in Rheinau 23,9 Grad, der höchste Wert 23,5 Grad in Olsbach, Bad Kreuznach und Frankfurter Main gleichauf mit 23,2 Grad, 22,7 Grad in Mannheim und 22,4 Grad in Köln. Ja, die heutige Wetterlage bleibt relativ ähnlich. Wir haben über Mittel- und Nordeuropa weiterhin das Hoch Odido liegen, sonst hier im westlichen Mittelmeerraum das Tief Vera und das bringt ja weiterhin Schauer und Gewitter und zum Teil auch Starkregen. Bei uns die Wetterlage heute ziemlich entspannt im ganzen Land, wirklich viel Sonnenschein, nahezu wolkenlos ist der Himmel. Die Temperaturen erreichen im Norden und Osten so 15 bis 19 Grad, sonst werden 21 bis teilweise 23 Grad erreicht. Am Oberrhein auch mal knapp die 25 Grad Marke, also ein Sommertag und auch morgen am Donnerstag gibt es keine große Wetteränderung. Im ganzen Land viel Sonnenschein, viel Wind, es bleibt weiterhin sehr trocken. Die Waldbrandgefahr ist hoch und die Temperaturspanne reicht von 17 Grad an der Ostsee bis hin zu 26 Grad im Südwesten des Landes. Und ähnlich, dann auch am Freitag, dann vielleicht mal ein paar mehr Wolken, stellenweise im Süden auch mal zeitweise stark bewölkt. Temperaturen dann so 15 Grad entlang der Nordsee und bis zu 27 Grad am Oberrhein. Ja, der Blick Richtung Wochenende und wir sehen, da gibt es ein paar mehr Wolken. Die Sonne hat es etwas schwerer, aber es bleibt zunächst trocken. Der Samstag 15 bis 24 Grad, 13 bis 25 Grad am Sonntag und 13 bis 22 Grad am Montag. Dabei gilt immer wieder die tiefsten Werte hier im Norden und die höchsten Werte hier im Südwesten des Landes. Ja, und nun der Blick auf die Ensemble-Prognose in Sachen Niederschlagssummen. Zunächst für den Osten Deutschlands und es bleibt, wie bereits erwähnt, bis zum Wochenende mindestens mal trocken. Aber dann zum Monatswechsel tut sich was. Die Berechnungen sehen dann im Mittel bis zum 8. Mai Niederschlagsmengen um 15 Millimeter. Naja, immerhin besser als nichts. Man sieht aber auch, die Spannbreite, die ist wirklich extrem groß. Ja, und spannender wird es dann hier im Süden Deutschlands Richtung Alpenrand. Man mag es kaum glauben, was man da sieht. Da könnte es schon knapp nach dem Wochenende losgehen, zum Teil mit heftigen Niederschlägen. Ja, und im Mittel sind zwischen 80 und 90 Millimeter Niederschlag zu erwarten. Aber auch hier gilt, die Spannbreite der einzelnen Berechnungen ist sehr groß. Die reicht von knapp über 10 Millimeter bis hin zu 140 Millimeter Niederschlag. Also eine riesige Spannbreite. Und ob das so kommt, auch im Mittel, das ist doch noch sehr unsicher. Da warten wir lieber erstmal bis zum Wochenende. Und dann wissen wir mehr, ob es nächste Woche wirklich mal zumindest im Süden richtig nass werden kann. Ich bin da weiterhin noch etwas skeptisch, denn normalerweise ist so ein Hoch relativ stark und so schnell geht die Wetterumstellung dann auch wieder nicht vonstatten. Ja, das war's vom Wetter hier bei Wetter.net. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da und denkt dran, bitte abonniert doch unseren Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Mittwoch. Tschüss und noch einen schönen Tag.